Die Musik ist vielleicht nice. Oh, hier ist so ein Freddy-Viech. What? Ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht der Pädobär bin. Bin ich jetzt? Nicht. Gut. Oh, fuck! Das ist doch PewDiePie. Wir haben Beastmaster Seck TV. PewDiePie ist bei uns. Deswegen gewinnen wir auch. Hey, Kinders. Was geht bei euch ab? Willkommen zu Gary's Mod Pädobär Modus. Wirklich sehr gespannt. Es wird jetzt, wie bei Zombie-Modus auch, ein Pädobär ausgewählt. Und der muss ums Kleine... Da ist er! Da ist er! Scheiße! Oh mein Gott, die Leute kreischen schon. Okay, hier geht es nicht weiter. Scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Warum kann ich hier nicht aufbrechen? Da ist schon jemand ermordet worden. Oh Gott, der Pädobär kommt. Die fährt mit so einem Wagen rum. What the fuck, man? Okay, die Tussi hier lebt noch. Ich versuche hier schon auszubrechen. Shit, ich hege das Fenster nicht auf. Oh, oh, ich habe die Tussi draußen mitgekillt. Ich komme nicht um die Ecke. Fuck. Oh Gott! Oh fuck, er kommt. Scheiße, ein Pädobär kommt. Please don't fuck me, Pädobär. Please don't fuck me. Ah! Mann, Pädobär, nein! Scheiße. Guck mal, da draußen steht sie. Da steht sie. Guck, der kann den Föck hier. Oh, da ist sie, da ist sie. Da drin ist sie. So ein süßes Ding. Oh, hier ist so ein Freddy-Fiech. What? The victim wins. So, sechs Sekunden noch. Was steht denn hier rum? Alles. Scheiße, scheiße. Okay, fuck. Er ist es. Okay, warte, warte. Ja, ich bin versteckt, ich bin versteckt. Ich bin so ein bisschen überfordert, weil ich weiß nicht genau, warum ich jetzt hier wo... Was habe ich jetzt hier gemacht mit dieser Couch? Ich nehme meine Millionen mit, für alle Fälle. Nee, Millionen sind so auffällig. Okay, diese Figur ist schon wieder tot. Die Musik ist vielleicht nice. I love little girls. Oh oh, ich bin der Letzte. Oh! Hab ich mich erschreckt? Leck mich doch, Mann. Was ist das? Guck mal, Kleindjes. Ich bin leider nicht schnell genug auf den Server gekommen. Der Pädobär rennt rum und sucht die Kinderleihen. Hier ist jemand bereits tot, okay. Da oben haben wir noch so eine kleine. Guck mal, wo steht die denn? Da kommt der ja nie im Leben. Guck mal, die kann sich sogar hinlegen. Oh shit. Da hat er eine bekommen. Hier, ruf. Geh, 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 geh. Oh oh. Oh shit. Jetzt ist er so gefickt. Guck mal, wie putzig. Oh. Der sieht die nicht. Er sieht sie echt nicht. Guckt euch das an. Ich fasse es nicht. Diese Tutze hier ist safe. Oh, er hat die draußen bekommen? Nee. Jetzt hab ich das gar nicht gesehen. Schade. Die Armee der kleinen Mädchen. Die Mini-Mädchen-Armee. Also ich will schon irgendwie gerne irgendwo hinstellen. Oh Gott, das ist ja total eklig hier drin. Da ist mir noch direkt... Okay, vier Sekunden. Ich geh halt jetzt runter. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht der Pädobeer bin. Bin ich jetzt? Nicht. Gut. Oh fuck. Scheiße. Ich bin direkt beim Pädobeer gespawnt. Oh, die geht raus. Ist die dumm? Machst du grad mal die Tür zu? Danke. Achtung. Geh zur Seite. Beastmaster. Beastmaster 64. Das ist doch PewDiePie. Ja. Wir haben Beastmaster 64 in unserem Spiel. PewDiePie ist bei uns. Deswegen gewinnen wir auch gleich. Wenn ich hier die Sachen schön hingelegt habe. Glaubt ihr, das fliegt einfach sofort weg, wenn er die Tür öffnet? Nee, oder? Das ist ganz fest bestimmt. Guck mal. Wir machen noch die... Scheiße, der springt, glaube ich, über uns rum. Okay, das geht auch. Wir stacken uns hier komplett zu. Pass auf, was macht. Noch den Stuhl? Der kommt hier nie rein. Der kommt hier nicht rein, Mann. Wir sind hier completely... Completely zugebaut. Bam. Ich glaube, dass er das nicht schaffen kann. Ja, die Lampe noch. Okay, nice. Er ist über uns. Er ist über uns. Oh shit, er regt die Weiber. Er regt sie. Er regt sie noch drei. Wir sind zu zweit hier drin. Es sind noch drei. I go away before you. Scheiße. Guck was sie macht. Sie macht die ganze Treppe zu. Geile Idee. Das mache ich next round auch. Geht es noch in Zugang? Nee. Get rekt. Mein Barkade. Alles klar. Ich glaube, ich weiß, wo wir nächste Runde alle hochgehen. Dann legen wir das alle zu. Und dann wird bei uns oben einer Pädobär. Guck mal, alle rennen hier hoch. Alle rennen hier hoch. Okay, ich verpiss mich jetzt hier rein. Ich bin mir sicher, dass er hier oben ist. Merkt ihr was? So. So sieht es nämlich aus. Pädobär ist hier oben. Oh, Raketenwerfer? Oh! Da hat er mich knallert erwischt, Mann. Ich frage mich, wer der Ding geworden ist. Also hier, der Bär. Achtung, Achtung. Da sitzt sie. Da ist sie. Pädobär? Pädobär? Oh, fuck. Komm mal. Kinder, ich bin brutal übermüdet. Okay, last round. Bin so ein bisschen sicher, dass ich der Pädobär bin. Der sie jetzt gleich alle ficken wird. Deswegen stelle ich mich jetzt schon mal nicht. Achtung, passt auf. Passt auf. Ich bin der Pädobär. Ich, 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 ich. Fuck. Gott, wer ist es? Oh Gott, scheiße, scheiße. Ja, Pädobär ist unten. Okay, okay, vielleicht schaffe ich es. Vielleicht schaffe ich es. Also, Pädobär ist unten. Er ist wieder oben. Ich bin tot. Oh! Nun ja, soweit, so gut für morgen, beziehungsweise eben Mittwoch sollte es reichen. Ich habe eigentlich Donnerstag und Mittwoch schon vorproduziert, aber dann kam ein Engpass am Wochenende und ich musste die Videos vorziehen. Das heißt, ich konnte jetzt einfach nicht irgendwie, ich, naja, ich komme jetzt wie immer in die Bredouille, aber ich habe schon mal das hier für Mittwoch und am Donnerstag wird dann hoffentlich auch irgendeine Kleinigkeit kommen. Äh, falls nicht, äh, dann halt nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Leute, lasst die Daumen explodieren. Gönnt euch eine Mütze Schlaf. Das mache ich jetzt nämlich auch. Gute Nacht. Ha, da warst du nicht am Lüsten. Ah, das ist ja so, ich bin immer so, ich bin gar nicht. Die Musik ist halt so passend am Bulli. Ha, ha.